Liebe Münchnerinnen und Münchner, mit dem Step 2040 legt der erste räumliche Stadtentwicklungsplan für München seit 1983 im Entwurf vor. Und jetzt sind Sie gefragt, wie soll München in 20 Jahren aussehen? Wo sollen grünen Freiflächen erhalten, neu geschaffen, miteinander vernetzt werden? Mit welchen Verkehrsmitteln wollen wir uns auf welchen Strecken fortbewegen? Und wo soll künftig überhaupt gebaut werden? Diese Fragen und vor allem die Antworten darauf, die müssen wir gemeinsam diskutieren, darüber streiten und auch überlegen, wo wir welche Prioritäten setzen. Dazu dient die öffentliche Diskussion, die bis zum Sommer 2022 geführt wird. Sie alle sind herzlich eingeladen mitzumachen. Gleichzeitig diskutieren wir auch die Münchner Konzeption zur Stadtentwicklung, die Perspektive München. Machen Sie mit, sagen Sie uns, welche Ziele Ihnen wichtig sind, wo Sie Prioritäten sehen. Herzlichen Dank, Ihre Kathrin Habenschal.